ARD Text im Auftrag von Funk 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 Scheiß Mauer. Das kommt's nicht ran, oder? Oh, Legendary Gürtel. Sehr gut. Ist doch unnormal, was die droppt. So gut so. Ja, aber ist ja nur... Endlich mal ne Scheiße. Ja, aber es kann ja auch sein, dass mal was Gutes rauskommt. Ich warte immer noch auf meinen Shard of Hate. Noch so... 500 Rifts. Nicht so wie Möte nach dem 30. Aber gleich zwei rausgezogen. Eiskalt. Ja, aber es ist ja... Es ist ja auch Möte. Aber, ich geh davon aus, dass schlechte Spieler besseres Equip kriegen. Zing, meinst du, dass Franz so gut durchgegeert ist? Wollen wir auf einen runter gehen, oder? Ja, Franz hat doch auch Shard of Hate gekriegt. Oh, hat er nicht gesagt, gerade. Buuu. Franz sagt schon gar nicht mehr, oder? Franz ist beim kleinen Chinamann gerade. Das kann auch sein. Ist Schnorri eigentlich weg? Ja. Aber Schnorri noch da. Der Diablo ist aber auch schon so... Manchmal ist es echt schon so Disco Mode. Am besten war er ja nach... Oh, das ist ja so bunt! Ja, bunt ist es. Das stimmt allerdings. Ah, ich hätte sagen müssen, man kann sich noch transporgen, ne? Hätten sich das Spiel bestimmt sofort geholt. Ja, aber auf ihm rechne... Ja, aber... Komischerweise verbraucht es weniger Ressourcen. Also bei mir auf dem Notebook läuft es besser als WoW. Wie, jetzt habe ich ne Freundschaftsanfrage bekommen? Was ist das denn? Was ist das denn? Ist das jetzt der NAC? Wann oder was? Fangen wir doch mal eins grad nach. Jo, dann geh ich gleich NAC. Sehr gut. Ja, aber nur ne... Nur ein Stündchen. Also meinst du nur die ersten zwei Bossen legen? Nö, guck so weit ich geh. Ich muss mich ja um vier, dann fertig machen. Also zwei Stündchen. Ja, ich wollte auch um drei abhauen kurz. Guck mal den Riffler sein. Das scheint, wenn er sein Immunitätsschild weggemacht hat. Ich hab schon die nächste Gruppe angeguckt. Ja, vor allem der steht da direkt in dem Arcan-Ding drinne. Da lau ich doch nicht hin. Mal gucken, vielleicht kommt der Mob irgendwann mal runter. Ja, jetzt kommt er. Ja, und wir wurden mit nichts belohnt. Ja! Doch, gelb! Gelb! Doch, gelb! 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 Guck mal. Aus die Samstag perfekt Oh das ist äh Hier Donnerzahn, Donnergott oder wie der Gürtel heißt Den ich vorhin gefunden hab, brauchst du den? Ne hab ich schon Ich fähne mit dem Muschel Ja gib mal her Muschel, dein Monk spielst sowieso nicht Ja, ne gib mal her Stimmt, der Muschel Brauchst du Item? Ja Wirklich? Nö, aber eher Geil ist aber, du zeigst was gedroppt ist? Ja, gib mal her Vielleicht brauch ich selbst Ne brauchst du nicht, gib mal her Ah, der Muschel, der nimmt halt alles was er kriegen kann Ist genau in Rage Schreibt aber ein bisschen da Der Mage, der alles mitnimmt Ja, ist Biss Ja, für welchen Speck? Ja, Feuer Spielts Feuer? Ja, äh, äh, mal gucken Jungen, man steht als Willenskraft drauf Ja, äh, und? Und ist, äh, Biss Ui, du bist ein Mage Äh, ja, und? Dann versucht er das noch zu erklären, warum Mhm Ey, woran bin ich denn grad gestorben? Blutquellen? Was ist das denn? Das ist die Pfütze, die auf dem Boden liegt Was soll ich? Da kann man durch Oh! Da hab ich grad gedacht, ich sterbe Ah, der Portalwächter Ja, ist er ja Ja Mit Klee, wir enden gleich natürlich alles mit Ja, und ich hab natürlich keinen Heaport mehr ready Geil Boah, das sind mehrere Gruppen, die wir getet haben Boah, das sind mehrere Gruppen, die wir getet haben Nein! Oh! Ja, hol noch die andere Gruppe dazu Ich bin tot Die Teufelsmeid ist etwas Reudigste an der Gruppe Oder reflektiert Schaden noch hinterher, dann noch mit Eis, Blitz Boah Oh! 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 Jetzt geht doch ab Wenn man nicht alles komplett geblockt bekommen würde Warst du das gerade mit den Feuerbällen? Die Feuerbälle waren nicht von mir gerade Oh, ein Schild Lass mich warten, das ist das Schild Mit den Aufladungen Das könnte sein sogar Ne, ist wieder mal ein Plan Flankenträte habe ich jetzt schon zum fünften Mal Momentan Ey, dann lernen die mal Dann droppen die nicht mehr Ach, warst du ehrlich? Das ist jetzt dein Ernst? Was? Dass ich das nicht weiß? Wolltest du mich gerade trollen, oder was? Dann lernen den endlich mal Was ist los mit dir? Ja, den habe ich jetzt im letzten Liff bekommen, Mann Dann sind wir durch für den Rift, würde ich sagen